Und damit willkommen zu einem neuen Wochenreplik. Es ist Sonntag und für die, die noch nicht mein neues Jahr Video gesehen haben, wünsche ich noch ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, bezüglich Real Life. Ja, ich fange mal von vorne an. Montag, Dienstag war Montag noch so ein bisschen zum großen Teil mein Jahresreplik, der viel Zeit gefressen hat. Da habe ich Montag sehr lange dran gesessen. Allerdings hatte ich Montag auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Bedeutet nicht den ganzen Montag. Allerdings dafür den ganzen Dienstag saß ich an meinen Jahresreplik, weil ich den unbedingt Dienstag fertig kriegen wollte, weil er ja schon Mittwoch auskam. Bedeutet, ich saß von, glaube, halb neun Uhr früh bis 17 Uhr saß ich am Jahresreplik. 17.30 Uhr begann dann der Stream am Dienstag und dementsprechend nur am Jahresreplik. Aber ich habe ihn da fertig bekommen, worüber ich dann richtig glücklich war, was ich dann nochmal musste, war dann am Mittwoch. Nämlich das Thumbnail und Videobeschreibung, die Umfrage und so weiter und so fort. Aber ja, die erste Hälfte der Woche bestand aus Jahresreplik, der dann endlich Mittwochabend rauskam. Und falls ihr ihn nicht gesehen habt, erster Link in der Videobeschreibung, schaut ihn unbedingt an. Also, ja, ich saß da sehr lange dran und dementsprechend, also ich habe da gute Meinungen zugehört im Chat. Lief ja als Premiere. Von daher, vielen Dank auch an alle, die dabei waren. Ja, dann war es dann Donnerstag soweit mit Silvester. Ich habe Silvester bei meinen Eltern verbracht. Äh, dementsprechend war ich nicht zu Hause. Der Retro zum Beispiel, der war ja zu Hause und hatte ja auch so einen Stream gemacht. Allerdings war mir das nicht möglich, weil, wie gesagt, ich war bei meinen Eltern. Ich wollte auch dann bei meinen Eltern sein. Und dementsprechend habe ich dann da Silvester verbracht. Ja, geknallt wurde ein bisschen. Vielleicht blende ich das nebenbei hier ein bisschen ein. Ich habe da ein bisschen was aufgenommen von meiner Wohnung aus. Ich habe ja einen super Blick über mein Dorf. Dementsprechend könnte ich da auch mal ein paar Dinge einblenden, äh, einfangen mit meiner Kamera. Aber es war halt viel weniger als die letzten Jahre, was ja auch in Ordnung ist. Was ja auch zu erwarten war. Was ich auch gut finde. Aber hier und da, trotzdem hat man schon was gehört. Auch schon vorher, paar Stunden vorher. Wurde auch schon geknallt. Auch so ein, zwei Tage vorher auch schon. Das ist normal. Ja, ich bin dann gut ins neue Jahr reingekommen. Es ist so ein bisschen, ehrlich gesagt, wurde mein Schlafrhythmus am Silvester so ein bisschen zerstört. Auf jeden Fall, der, wann war denn das? Wann war denn der Erste? Der Erste war Freitag, richtig? Richtig. Ähm, am Ersten komplett müde noch. Äh, gestern, Samstag, Kopfschmerzen. Aber mit Kopfschmerztablette ging es dann, kam ich dann gut durch den Tag. Heute war, ist der erste Tag, wo ich dann wieder relativ gut dann, ja, ohne Kopfschmerzen und ohne Beschwerden dann hier durchstarten kann in den Tag. Und ja, sonst, was habe ich dann noch weiter gemacht ab Mittwoch. Dann dementsprechend habe ich wieder aufgenommen. Die Tage zuvor war es mir nicht möglich aufzunehmen, äh, weil wegen Jahresrückblick. Aber endlich konnte ich wieder aufnehmen. Bedeutet, das neue Let's Play, welches seit gestern läuft, habe ich aufgenommen. Dann auch jetzt ein neues Let's Play angefangen, welches nächste Woche Mittwoch startet. Das wird auch schön. Und dementsprechend habe ich damit dann die Zeit verbracht. Und ich habe damit die Zeit verbracht, äh, haufenweise Videos zu schneiden und zu rendern. Denn der Jahresrückblick hat einerseits viel Zeit in Anspruch genommen. Allerdings auch die Mario Kart Wii, CTG, BR Videos. Weil ich da ja auch immer Einblendungen mache. Bedeutet, ich kam mit dem Schneiden so ein bisschen ins Stocken. Bedeutet, ich hatte mehr Rohmaterial als nachher gerenderte Videos. Bedeutet, das musste ich jetzt ein bisschen aufholen. Ich bin nur noch mittendrin dabei, so gesehen. Und Markkart Wii, CTG, BR ist deutsch, ist hochgeladen, ist sogar fertig, äh, mit Thumbnail und so weiter und so fort. Also, das ist bereit zum Veröffentlichen. Und somit kann ich jetzt mit den anderen Videos fortfahren. Gerade, weil ich jetzt seit Mittwoch wieder ein bisschen mehr aufgenommen habe. Weil ich ja auch ein bisschen vorproduzieren will für meine Prüfungszeit. Ja, muss, das muss ich natürlich mit Rändern nachkommen und mit Thumbnails machen und so weiter und so fort. Das steht jetzt, die ein, zwei Tage, also heute, morgen, übermorgen an. Genau, ja, dann, das war es jetzt in meiner Woche. Ach ja, eins gibt es noch zu sagen. Heute ist der erste Tag, wo es bei mir zu Hause schneit. Gerade in diesem Moment, wo ich das hier aufnehme, schneit es heftig draußen. Aber es bleibt nicht liegen, es sind 1 Grad draußen, bedeutet, es geht gleich wieder weg. Aber es ist eine große Schneeflocken, also das überrascht mich trotzdem. Aber wie gesagt, es bleibt nicht liegen, was sehr, sehr schade ist. So eine schöne, ja, so ein bisschen weiß draußen. Das wäre ja nicht schlecht gewesen, gerade nach dem milden Winter die letzten Jahre. Wäre es eigentlich mal wieder Zeit, einen richtigen Winter zu haben. Hätte ich Bock drauf. Ich fahre zwar nicht Schlitten, nicht mehr, das ist schon viele Jahre vorbei, aber trotzdem. Einen schönen weißen Winter sieht halt auch einfach schön aus. Ganz ehrlich. Und ich sitze eh ja dann zu Hause im Warmen, von daher. Gut, gehen wir mal rüber zu YouTube. Denn auf YouTube ist natürlich eine ganze Menge passiert. Es sind ja auch Weihnachtsferien und dementsprechend auch ein paar mehr Videos. Äh, und ja, auch hier Jahrespecial, wie auch immer. Gut, fangen wir erstmal mit den Let's Plays an. Mario Kart Wii CT GPR kamen diese Woche 5 Parts raus. Part 71 am Montag machen wir das Update 1.3.1094-1 mit einer neuen Strecke. Und 3 Update-Strecken, eigentlich 2 Update-Strecken. Allerdings habe ich dann noch eine Update-Strecke aus dem Update 1.3.1094-2 mit reingenommen. Weil sonst wäre der Part danach, ja, mit 6 Strecken ein bisschen zu heftig geworden. Darum habe ich das so gemacht. Ja, Part 72 dann dementsprechend das Update 1.3.1094-2, eine neue Strecke, 4 Update-Strecken. Ja, dann geht es weiter mit Part 73, das Update 1.3.1096-1 mit einer neuen Strecke und wieder 4 Update-Strecken. Und dann kam Part 74, der für mich eigentlich erstmal letzte Part von Mario Kart Wii CT GPR anfangs. Das Update 1.3.1096-2, eine neue Strecke, 3 Update-Strecken. Doch dann kam ein Tag, nachdem ich diesen Part aufgenommen habe, ein neues Update raus von Mario Kart Wii CT GPR. Und zwar das Weihnachts-Update. Und das fangen wir in Part 75 an. Dies ist, um genau zu sein, das Update 1.3.1100-1. Zwei neue Strecken und eine Update-Strecke. Ich habe es ja auch schon letzte Woche im Wochenrückblick erklärt. Es kam nochmal ein Update raus mit haufenweise neuen Strecken und zwei Update-Strecken. Sieben neue Strecken, genau zu sein. Das machen wir in drei Parts. Part 75 ist der erste Part davon. Part 76 kommt dann am Montag. Part 77 am Dienstag. Und das, kann ich euch sagen, wird heftig nice. Jo, gut. Dann geht es weiter mit Splatoon 2 Octo Expansion. Part 7, welcher am Montag rauskam. Ja, zuerst machen wir eine Aufgabe mit der Achterkugel. Achterkugel sehen wir sowieso häufig in Splatoon 2 Octo Expansion. Und dann noch eine Aufgabe, wo wir die Attacken der Gegner ausweichen müssen, was sehr, sehr schwer ist. Also ich sitze da eine ganze Weile dran. Letztendlich haben wir es geschafft. Und am Ende gibt es dann noch eine Aufgabe, wo wir Ballons zerplatzen können. Ja, dann in Part 8 gibt es eine schöne Aufgabe, wo wir so einen Hund aus Kisten nachbauen müssen. Das war sehr, sehr cool. Da gibt es nochmal eine schwerere Version davon. Und wir holen noch in diesem Part das zweite Dingsbums. Dann in Part 9. Erstmal wieder, nee, nicht eine Achterkugel. Achterkugel gibt es am Ende des Parts. Erstmal eine Achterkapsel, die wir verteidigen müssen. Ist auch ganz interessant, dass der liebe Johannes auch mir einen schönen Tipp in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür, wie man mit der Achterkapsel noch besser umgeht. Man kann sie nämlich wieder heilen, indem man drauf schießt. Danke, danke, danke. Ja, die müssen wir verteidigen. Danach holen wir das dritte Dingsbums. Und am Ende gibt es wieder eine Achterkugel-Aufgabe. Dann in Part 10. Wieder ein Sniper-Duell. Diesmal ein bisschen schwieriger. Und dann eine Aufgabe, wo wir Gegner besiegen müssen innerhalb eines Zeitlimits. Eine sehr schwere Aufgabe, die ich dann letztendlich ein Glück noch hinbekommen habe. Aber es war danach noch schwieriger. Und zwar ein Bossgegner. Ein Bossgegner aus dem Splatoon 2 Story-Modus. Octabuck XXL. Extra, extra lecker. Sehr, sehr schwerer Bosskampf. Meiner Meinung nach, ja, ich bin ein Noob. Aber, ja, auch Johannes meinte, dieser Bosskampf war für ihn sehr, sehr schwierig. Er hat sogar noch länger gebraucht als ich. Darum fühle ich mich ja schon so ein bisschen gut. Und, ja, auf jeden Fall sehr schwerer Bosskampf. Und da kommen noch weitere Bosskämpfe. Und die werden nicht gerade einfacher. Gut, dann in Part 11. In einem Level haben wir begrenzte Tinte. Bedeutung, wenn wir in Tinte eintauchen, wird die Tinte nicht nachgeladen. Und damit müssen wir irgendwie das Ziel erreichen mit diesem Tintenstand. Das ist auch eine sehr coole Idee. Ja, dann sind wir auf dem Weg zum letzten Dingsbums. Das erreichen wir noch nicht ganz. Ja, und am Ende spielen wir noch Turmkommando. Gut, das war's mit Splatoon 2 Octo Expansion. Dann geht's weiter mit Mario Party DS. Part 25, welcher am Dienstag rauskam. Boah, das ist Flippertisch, beginnen wir nun. Und machen das in jeder gegen jeden. Es läuft sehr, sehr gut, bis ich dann auf Risiko gehe. Und das war eher nicht so gut. Ich hab alles verloren. Ja, in Part 26 geht's dann auf zum Finale in Bowsers Flippertisch. Und das ist dann das Ende des Let's Plays. Das heißt, Donnerstag endete Mario Party DS. Und ab Samstag läuft dementsprechend ein neues Let's Play. Und zwar Manifold Garden. Das ist ein Indie-Game, welches ich in einer Indie-Dragon gesehen habe. Und wo ich mir dachte, oh komm, das will ich mal spielen. Das sieht sehr interessant aus. Anfangs als Livestream geplant, habe ich es dann doch als Let's Play gemacht. Und dann beginnt das Let's Play. Dementsprechend am Samstag sind einige Würfel-Rätsel, Gravitations-Rätsel. Ganz cool gemacht. Bisschen schwindelig wird man davon, wenn man so ins Unendliche geht. Weil wenn man zum Beispiel runterfällt, dann fällt man eigentlich wieder oben raus. Es geht immer ins Unendliche, was ganz cool gemacht ist. Ja, Part 2 dann. Weitere Gravitations-Rätsel, Würfel-Rätsel, wie auch immer. Dann wird alles dunkel bei so einem dunklen Würfel und anschließend wird der Raum verzerrt und es formt sich alles neu. Ja, was hatten wir die Woche noch? Wir hatten natürlich die Online-Parts. Einerseits Palatum 2 Online Part 33. Wir waren Rangkampf im Muschelchaos. Es gibt einige Disconnects bei unseren Teammates, beziehungsweise auch im Gegner-Team. Ne, ich glaube im Gegner-Team waren keine Disconnects. Und vor allen Dingen eine bittere Runde, wo wir eigentlich fast gewonnen hätten, aber dann doch nicht. Wir waren nur zu zweit gegen vier Mann. Trotzdem hätten wir auch fast gewonnen, weil der Gegner so schlecht war, aber... Bitte, bitte, bitte. Gut, Mario Kart 8 Deluxe Online Part 61. Ja, wir machen ein paar Abschlussrennen für 2020. Das waren die letzten Rennen im letzten Jahr mit Retro zusammen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, dann kamen diese Woche ein paar Specials, so gesehen, raus. Einerseits am Dienstag der Jahrestalk 2020. Da spreche ich so ein bisschen über mein YouTube-Jahr mit euch. Dass ich ja euch, dass ich eine Community euch halte, so gesehen, am Kanal etabliert habe. Was mich sehr dolle freut. Und noch ein bisschen Real-Life-Krams erzähle ich auch noch ein bisschen dazu. Und ja, das ist, so gesehen, alles zu YouTube außer die Let's Plays. Denn die Let's Plays habe ich dann im Jahresrückblick 2020 erwähnt, beziehungsweise darüber auch erzählt. Welcher dann am Mittwochabend als Premiere rauskam. Das ist nämlich der langersehnte Rückblick, wovon ich schon lange immer erzählt habe, woran ich arbeite. Und was halt so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Anderthalb Wochen saß ich jeden Tag mehrere Stunden dran. Wenn man das hochrechnet, wie viele Stunden ich da insgesamt dran saß. Bestimmt mindestens 30, wenn nicht so noch mehr. Das ist auf jeden Fall viel länger als letztes Jahr beim Jahresrückblick. Gut sind auch viel mehr Let's Plays. 28 Let's Plays an sich. Und dann noch die Streams am Ende. Eieiei, das war auf jeden Fall heftig, heftig, heftig. Aber es kam mega bei euch an. Also die Premiere, da waren einige mit dabei. Was mich richtig doll gefreut hat. Also ich hatte schon vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, Angst. Ich habe erstmal überlegt, soll ich das als Premiere machen oder als normales Video. Meine Angst war, wenn ich das als Premiere mache, dass da keiner reinschaltet, beziehungsweise mittendrin reinschaltet, dann irgendwie wieder geht. Das war meine Angst, weil ich mag vor allen Dingen das Ende und den Anfang des Jahresrückblickes. Keine Ahnung warum, aber ich mag voll den Anfang und das Ende. Und dementsprechend wollte ich auch, dass jeder das natürlich mitkriegt. Und ja, letztendlich bin ich zufrieden, dass ich es als Premiere gebracht habe, weil wir haben schön kommuniziert über den Chat. Und das war wirklich richtig, richtig schön. Ja, was war im Jahresrückblick? Wie gesagt, ich bin auf jedes Let's Play eingegangen, welches im Jahre 2020 gelaufen ist. Und zeige euch da ein paar Einblendungen von ein paar spannenden Momenten oder ein paar lustigen, witzigen Momenten oder irgendwas einfach so. Und am Ende gehe ich dann noch auf die Livestreams ein, die mindestens zweimal letztes Jahr gekommen sind. Und kamen ja auch ein paar Livestreams, die nur einmal kamen und darauf bin ich dann nicht eingegangen, weil sonst hätte es den Rahmen nicht springen. Ist ein langer Jahresrückblick, anderthalb Stunden fast, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wer diesen Jahresrückblick noch nicht gesehen hat, erster Link in der Videobeschreibung, guckt euch den an. Am Ende gibt es da noch eine Umfrage, welches euer Let's Play 2020 war. Und wenn ihr da auch noch nicht abgestimmt habt und trotzdem eine Meinung habt, was euer Let's Play 2020 war, dann könnt ihr da auch abstimmen. Einerseits der zweite Link in der Videobeschreibung hier im Wochenrückblick, beziehungsweise der erste Link in der Videobeschreibung des Jahresrückblickes. Falls ihr da nochmal eine Meinung braucht. Es sind alle Let's Plays, so wie gesehen, zusammengefasst im Jahresrückblick. Also von daher, besser geht's nicht. Dementsprechend, ja, das war's, das war's zum Jahresrückblick. Dann gab's noch ein neuer Video, welches eigentlich 0 Uhr am 01.01. rauskommen sollte. Habe ich dann verpennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich dann, sobald ich dann zu Hause war, direkt noch aufgenommen, halb eins in der Nacht oder so. Und hab euch dann, ja, ins neue Jahr gegrüßt, so wie gesehen. Jo, das war's für die normalen Videos diese Woche. Dann gab es noch, so wie gesehen, drei Streams an zwei verschiedenen Tagen. Einerseits am Dienstag begann die Streamsession, so wie gesehen, mit Minecraft Hardcore Staffel 4, Episode 13, das Ende des Projektes. Das ist auch ein bitterer Anfang, weil ich bin in den ersten fünf Minuten gestorben. Ja, ja. Äh, fragt dich wie? Äh, auf jeden Fall, Jonas war ja auch noch mit dabei. Der hat überlebt und der hat für uns dann den Enderdrachen besiegt. Und dann haben wir nochmal ein kleines PvP-Duell gemacht, in dem ich mich kurz wiederbelebt habe, die Rüstung von Jonas kopiert habe. Und das Schwert und ein paar Sachen auch noch geholt habe, dass wir nochmal am Ende ein kleines PvP-Duell gemacht haben. Ich war natürlich komplett unterlegen, ist ja klar. Aber, ja. Das ist das Ende von Minecraft Hardcore Staffel 4. Das bedeutet natürlich auch, dieses Jahr kann endlich ein neues Minecraft Hardcore beginnen. Und, mal gucken, wann. Ich habe ja sowieso wieder Minecraft auf den Kanal zu bringen. Ob mal sehen, ob das direkt das Singleplayer Let's Play wird. Oder ob das Minecraft Hardcore wird. Hätte ich nämlich auch Bock zu. Äh, da frage ich euch mal. Hättet ihr mehr Lust auf Minecraft Hardcore? Wo ich dann auch die neueste Version wahrscheinlich spielen werde. Oder Minecraft Singleplayer, wo ich dann ein bisschen bauen werde, ein bisschen quatschen werde. Vielleicht hier und da auch mal jemanden einladen werde. Und, ja. Das wird aber auf einer alten Version sein. 1.7, 1.8 oder irgendwie so. Jo. Dann nach Minecraft Hardcore haben wir dann noch am Abend Minecraft Minigames gezockt. Zuerst ein bisschen Skywars mit Jonas. Und dann später Badwars mit Jonas und Johannes. Nur Johannes hatte ein Internetprobleme. Wie immer. Aber er war wenigstens dabei. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, dann hatten wir noch am Samstag den, ja. Den ersten Stream im neuen Jahr. Mario Kart 8 Deluxe Online. Wir hatten super Runden. Und wir sind kurz an den, also nah an den 13.000. Das versuche ich jetzt im Donnerstag Part zu erreichen. Und, ja. Mal gucken, ob ich das schaffe. Puh. Das war ja jetzt so ganz schön lang. Nächste Woche geht es spannend weiter. Ja, einerseits den Streams. Zwei Streams sind geplant. Zwei richtig coole Streams, worauf ich mich richtig dolle freue. Einerseits am Dienstag großes Highlight. Mario Kart Wii City GPR geht nämlich als Stream wieder weiter. Denn, ja. Am Dienstag endet ja das Urlaub wird erstmal wieder ein vorläufiges Ende sein. Das Mario Kart Wii City GPR Streams. Weil wir, äh, Let's Plays. Weil wir ja jetzt alle Updates hinter uns haben. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, machen wir dann direkt am Dienstag einen schönen Stream dazu. Ich freue mich richtig dolle drauf, wieder Customstrecken im Stream zu fahren. Nicht immer dieselben wie Mario Kart 8 Deluxe Online. Sondern endlich mal Customstrecken. Also das wird richtig, richtig schön. Ich freue mich tierisch da drauf. Ja, dann am Samstag's Battle 2 Online. Natürlich auch mit euch. Und Mario Kart Wii City GPR könnt ihr natürlich auch mitspielen, wenn ihr das habt. Ja, dann gibt es noch ein extra Part Mario Kart Wii City GPR am Dienstag. Damit auch das, äh, das, ja, das letzte Update, so wie gesehen, noch vorm Stream kommt. Dann dementsprechend, so wie gesehen, das vorläufige Ende von Mario Kart Wii City GPR. Bis ein neues Update kommt. Dann kommen wieder Parts. Ja, und das heißt natürlich, ein neues Let's Play beginnt ab Mittwoch. Freut euch darauf. Und mal gucken, wie gut das bei euch ankommt. Und wenn es wieder gut bei euch ankommt, wie zum Beispiel letztens bei Splatoon 2 Octo Expansion. Dann wird am Donnerstag um 12 Uhr noch ein extra Part kommen. Aber das muss ich dann am Mittwoch dann dementsprechend sehen. Jo, das war's dann zu dieser Woche. Und, hab ich alles erzählt? Mir war's, als würde ich noch irgendwas erwähnen. Ich glaube, ach ja, genau, eins wollte ich noch erwähnen. Ab nächster Woche gibt es am Wochenende wieder nur zwei Videos, weil sonst wird das mir ein bisschen zu viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dementsprechend kommt dann ab jetzt die Woche jedes Let's Play viermal die Woche. Vorher war's ja so, zwei Let's Plays fünfmal die Woche, ein Let's Play viermal die Woche. Aber es sind immer noch drei Let's Plays. Das wird auch erstmal so weiterhin bleiben, denke ich. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder. Bis dann. 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 Bis dann.